Wir wollen hier mit Gleichgesinnten uns treffen, kennenlernen, die Leute mit denen man immer online schreibt, mit denen zusammenkommen, Erfahrungen austauschen, irgendwelche Umbauten vornehmen. Besonders gut am Malibu gefällt mir tatsächlich das Bad. Ich kannte das vorher nur mit einem Duschvorhang, der ständig an einem geklebt hat, oder diese Raumduschen als Stolperfallen. Auf der Messe haben wir viele gesehen, aber Malibu war für uns zwei der Beste. Die Qualität, also auch die Optik und jetzt auch bei diesem Modell, was wir gekauft haben, diese freie Blickachse, das fanden wir einfach toll. Also fühlen uns sauwohl drin. Jeden Monat immer. Also auch minus 20 Grad bin ich mit meinem unterwegs. Überhaupt kein Problem. 6 kW Truma macht die Hütte immer warm. Ich finde gut, dass auch wir als Verbraucher gefragt werden. Das war heute eine ganz tolle Sache. Man hat uns gefragt, was wollen wir? Was wollen wir anders haben? Was fanden wir gut? Was finden wir nicht gut? Dass sowas stattfindet, finde ich klasse. Am schönsten ist es eigentlich, wenn ich so zehnjährige Jungs irgendwo in der Stadt überhole und die dann alle so, Mensch, so dann hinterher gucken und sagen, das ist aber mal Auto. Und das ist eigentlich wirklich so eine innere Befriedigung, dann auch zu sagen, dann werde ich selbst noch mal zehn. Ich bin Malibu-Fan seit 2001 ungefähr. Ja, das ist halt einfach das Geile bei der Gruppe. Man hat unfassbar nette Leute und ein Miteinander in der Gruppe, was es in keiner anderen Facebook-Gruppe gibt. Und das sieht man auf dem Treffen, dass es absolut harmonisch ist. Und ja, die Leute von überall her kommen und es einfach funktioniert.